So Leute, willkommen zu einem neuen COD-Video, Herrschaft auf Kementan. Wir haben das Karabiner Modell 38M. Das hier ist ein extrem gutes Gameplay. Ich würde sogar sagen, das ist mein bestes bis dato erspieltes Gameplay, egal ob Sniper oder normale Waffe. Das ist wirklich mein absolutes Top-Gameplay aktuell. Es ist schon ziemlich alt, ich hatte nie die Zeit dafür, dieses etwas längere Gameplay auch zu kommentieren. Jetzt habe ich ein sehr, vielleicht auch sehr interessantes Thema, weswegen ich es kommentieren werde, dieses Gameplay jetzt. Ich glaube, es ist während des Winter Siege entstanden oder kurz davor? Ne, es ist kurz davor oder danach entstanden. Ich bin mir gerade sehr unsicher. Deswegen, es tut mir leid, wenn ich nicht genau weiß, wann dieses Gameplay entstanden ist. Es ist nach dem Winter Siege, glaube ich, gewesen. Kurz danach. Und naja gut, fangen wir erstmal an. Denn ich habe jetzt erst, vier Monate nachdem das Spiel draußen ist, die Story durch. Ich habe jetzt die Story durchgespielt. Ich habe sie zu Release, wo ich den Multiplayer noch runtergeladen hatte, also runtergeladen habe und dann schon die Story ein bisschen gedaddelt. Nein, ich glaube, ich habe schon beides fertig gehabt, aber ich wollte erstmal ein bisschen die Story daddeln, so. Und naja, auf jeden Fall habe ich sie angefangen, die ersten zwei, drei Missionen. Und dann habe ich sie gestern durchgespielt, wo ihr auch ein Video gesehen habt. Ihr habt ja gestern das erste Gameplay-Kommentar wie seit langem wieder gesehen von COD. Und dort an dem Tag habe ich es dann, während das Video gerendert hat, halt die Story nochmal durchgespielt. Ich muss ehrlich sagen, ich fand die Story gar nicht mehr so mies. Ich kenne es ja von COD, dass die Stories eigentlich immer schön sind, gut hingerichtet, also gut dargestellt. Schöne Cutscenes und ich muss wirklich sagen, die Story war solide. Ich finde die Story von COD-WAW, also World at War, auch ein zweiter Weltkriegsteil, der, nenne ich mal, der letzte, zweite Weltkriegsteil, der war gut. Und ich muss auch sagen, BO1-Story, MW2, MW1 waren auch alles gute Stories. Und ich hatte irgendwie, die Ghost-Story fand ich jetzt nicht so gut und deswegen war ich auch so skeptisch gegenüber, überhaupt jetzt der Kampagne. Aber das ist jetzt nicht das Wichtigste im Video, ich habe jetzt zwei Minuten geredet, ohne mit dem Thema anzufangen. In der Story fiel mir ein bisschen was auf, weswegen ich vermute, dass es noch ein paar Neuerungen geben könnte oder ein paar neue Sachen in dem Spiel, welche ich gar nicht mal so mies finden würde. Ich habe ja ganz am Anfang von dem Spiel erzählt, welche Waffen mir noch fehlen würden. Zum Beispiel ein italienisches MG haben wir zum Winter Siege bekommen, GW43 haben wir zum Winter Siege bekommen. Und einige Waffen, die ich damals erwähnt habe, sind ins Spiel reingekommen. Fand ich sehr interessant. Ich habe dann irgendwann gesagt, ich hätte gerne den Sprengkommando-Modus wieder. Ui, hoppla. Und er kam. Zwar nur fürs Event, aber er kam. Deswegen möchte ich jetzt gerne noch ein paar Vermutungen aufstellen, die ich habe. Vielleicht habe ich ja recht und da kommt noch ein bisschen was von den Sachen, die ich mir erhoffe. Oder ich sage sie jetzt einfach nur und es wäre einfach nur schön, wenn man die Sachen hätte. Aber sie werden dann einfach nicht kommen. Weil in der Story fiel mir ein bisschen was auf. Ich habe in der Story erstmal eine Waffe gefunden. Oder gesehen, nenne ich es mal. Die wird jeder auch in dem Spiel benutzt haben, wäre das Story, wenn er sie gespielt hat. Und das 1919, das schwere Maschinengewehr der Amerikaner, das ist ja ein Kaliber 30. Das gibt es ja an mehreren Stellen als stationäres MG, was man auch mitnehmen kann. Und wir haben ja auch das MG 42 schon. Wir haben die Brenn, wir haben das MG 15, wir haben die Lewis. Sind wir mal ehrlich? Haben wir ein MG von den Amerikanern? Ja, eins haben wir tatsächlich. Ein MG der Amis, das auch benutzt wurde, ist die BAR. Das Browning Automatic Rifle ist eigentlich ein leichtes Maschinengewehr. Das haben wir in-game. Aber nicht das von den Amerikanern so oft benutzte M30. 1919 oder so, wie man es gerne möchte. Das ist ja eins der meistbenutzten MGs des Zweiten Weltkriegs der Amerikaner. Im Pazifikkrieg haben sie es ja gegen die Japaner benutzt. Und auch an der Westfront, so hier, über den ganzen Krieg über, auch gegen die gesamte Achse sozusagen. Und ich hoffe einfach mal, dass das M30 noch in das Spiel kommt. Das ist ein richtig schönes MG. Es hat richtig Spaß gemacht, das zu spielen. Hat zwar eine langsame Feuerrate gehabt, aber einen guten Damage. Und ich hoffe wirklich, dass dieses MG ins Spiel kommt. Ich kann mich noch daran erinnern, in COD World at War, also WAW, gab es dieses MG. Und es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass es es auch noch in diesem COD geben wird. Des Weiteren beziehen wir uns jetzt mal ganz kurz auf eine Waffe, die ich hier gerade benutze. Das M38M, also das Model 38M, das Karabiner hier, das Sniper. Gab es in der Story mit Ironside. Was ich auch sehr interessant finde. Dieses wunderschöne Gewehr, was ich hier als Sniper benutze, gibt es in der Story mit Ironside. Das heißt also, wir haben eine Ironside-Version davon, eine Ironside-Version von der K98. Eine Ironside-Version von der M1903, also der Springfield, der 1903, haben wir nicht, oder habe ich auf jeden Fall nicht gefunden. Und wenn es eine gegeben hat, dann habe ich sie leider nicht gefunden. Aber hat man vielleicht überlegt, so wie in WAW, sämtliche Waffen, sämtliche Gewehre, Bolt-Action-Gewehre, mit einem Ironside auszustatten? Und dass man das Scope sozusagen raufmacht, weil in WAW war es ja so, jedes Gewehr, K98, Springfield und japanische und russische Gewehre, waren alle mit Ironsides. Und das Sniper-Scope war nur ein Aufsatz. Das heißt also, du hast alle Bolt-Action-Gewehre als Ironside-Varianten gehabt. Und konntest du ein Sniper-Gewehr rausmachen, indem du den Aufsatz dann freigeschaltet hast. Ich glaube, 100 Kills oder so. Ja. Und das gibt mir so zu denken, haben die sich überlegt, alle Waffen-as-Ironside-Version zu machen, so als Aufsatz? Oder hat man sich das denn doch schnell anders überlegt? Weil ich würde es geil finden, Springfield, Lianfield, das Karabiner, habe ich in der Story wirklich oft genommen, weil ich es einfach cool fand, da mit Ironside rumzulaufen. Wenn denn noch andere Gewehre zukommen, ich hoffe ja immer noch auf die Mosin und auf die japanischen Gewehre, die wären noch geil. Und die dann noch mit Ironside, das wäre so genial. Aber das ist dann eine Sache, auf die wir hoffen müssen und abwarten müssen, was denn dabei rumkommt. Auf jeden Fall, diese Ironside-Sache fiel mir in der Story auch auf, dass da halt die Waffen eine Ironside hatten. Genauso wie manche Waffen halt... Nein. Wie die Model 38M eine Ironside hatte und wir noch die M30 gesehen haben, die noch nicht ingame ist. Und es gibt noch eine Sache, die mir auffiel. Eine Schleichmission haben wir eine 1911, also die Pistole M1911, schallgedämpft. Pistolenschalldämpfer. Ich hoffe, dass in der späteren Verlauf des Spiels vielleicht noch Schalldämpfer für die Pistole kommen. Vielleicht kann die Luftlandedivision ja irgendwie mit einem späteren Update Schalldämpfer auf die Pistole machen. Vielleicht kann es ja auch die Widerstandsdivision. Das wären coole Features. Weil ich muss ehrlich sagen, schallgedämpfte Pistolen gibt es im Zweiten Weltkrieg. Ich weiß das. Ist ja auch klar. Es wurde mit den Schalldämpfern damals rumprobiert. Sie sind nicht so effektiv wie heutige, aber sie sind vorhanden gewesen. Und wie cool wäre, dass eine 1911 schallgedämpft, denn die P08, die SAP, diese ganzen Pistolen schallgedämpfte Varianten... Vielleicht gibt es dann eine neue Division, wer weiß das. Irgendwie so eine neue Division, die dann so einen Schalldämpfer auf die Pistolen schrauben kann. Und dann haben die halt nur eine Primärwaffe, die Pistole. Sekundärwaffe, gar nichts. Also so eine komplette Pistolenklasse. Die dann aber auch nur so Pistolenboost bekommt, wie mehr Schaden auf Range oder was weiß ich. Das wäre eine interessante Division. So eine reine Pistolendivision, die aber einen Schalldämpfer aufmachen könnte. Das wäre noch so eine Vermutung, die ich habe, dass wir vielleicht Schalldämpfer für Pistolen kriegen könnten. Genauso könnten wir vielleicht auch Ironsides für unsere Gewehre bekommen, für die Sniper Rifles. Das wäre auch eine coole Sache. Oder dass wir noch einen M30MG bekommen. Na gut, was mir halt noch auffiel. Wir haben ja auch in den Multiplayer-Maps überall Panzerfäuste 30 und 60er rumliegen. Auch in der Story, diese Panzerfäuste. Diese braunen Dinger, die da rumliegen. Diese Einweg-Raketenwerfer. Die liegen überall rum. Sogar hier auf der KM10-Map liegen welche. Im Multiplayer waren überall welche. Wir konnten sie aber nie benutzen. Aber es gab hier schon mal Einweg-Raketenwerfer. Sozusagen im COD-Teil. Und zwar in WW... Nicht in WW2. Das ist das hier. MW2 hat ja den AT4-Raketenwerfer. Das ist ja auch so ein Einschuss-Raketenwerfer. Danach wirft man den weg und nimmt sich 9. Wenn es sowas hier geben würde, so eine Art... Sagen wir mal so, wir kriegen vielleicht in einem späteren Patch die Panzerfaust 60. Panzerfaust 30. Mir egal welche. Und das ist dann so ein... Man schießt ihn, wirft ihn weg und dann hat man noch einen zweiten dabei. Und dann kann man wieder rausholen und schießen. Das wäre auch so eine geile Waffe. Genauso fiel mir eine Sache ein. In all den letzten Jahren haben wir in COD ja auch Bodenkillstreaks gehabt. ACXD in... War doch ACXD. In BO1, BO2 hat es auch. Ich glaube in BO3 gab es ja auch so eins. Und sind wir mal ehrlich, es gab im Zweiten Weltkrieg auch sowas. Und die Deutschen hatten einen Panzer, einen Ladungsträger. Ich weiß jetzt nicht den genauen Namen. Goliath oder so. Das war ein Panzer, so ein ganz kleiner Panzer, so ein ferngesteuerter Panzer. Vielleicht so Ellbogen, also so Hand, Arm, Längen, Groß. Ich weiß nicht genau wie ich das nennen soll. Der war nicht sehr groß. Der hat man Sprengladung befestigt und der konnte ungefähr anderthalb Kilometer zurücklegen. Also ferngesteuert anderthalb Kilometer und konnte dann irgendwann explodieren, wo man es wollte. Gezielt. Das ist eine ziemlich interessante Sache. Weil wenn man sich so überlegt, die COD-Reihe hat allgemein ja schon oft diese nervigen kleinen Autos, die sich dann jagen und bumm machen. Wieso haben wir hier in WW2 nicht dieses nervige kleine Auto, was uns jagt und bumm macht? Dieser Goliath-Panzer. Der ist nicht groß. Vom Ellbogen bis zur Hand hoch vielleicht. Das ist die Höhe. Ist auch nicht allzu schnell, aber liegt 1,5 Kilometer zurück und kann explodieren. Also wirklich ein ACXD. Und das wäre mega cool in diesem Spiel gewesen. Es würde auch wunderbar reinpassen. Es würde wunderbar hier in diesem Spiel reinpassen. Und das ist eine Sache, die ich mir vielleicht auch noch wünschen könnte. Dass wir vielleicht bei einem späteren DLC oder einem Event so einen neuen Killswick kriegen. Das wäre doch was. Einen neuen Killswick. Den könnte man zwischen der Gleitbombe und dem Jagdpiloten einordnen. Na gut. Fassen wir nochmal ganz kurz zusammen. Vielleicht. Vielleicht, vielleicht, vielleicht kriegen wir eine neue Waffe. Könnte sein, dass wir sie irgendwann im Laufe der Lebenszeit von diesem COD-Teil kriegen. Das M30 1919 Maschinengewehr. Wir könnten vielleicht Ironsides für das Model 38 bekommen. Oder das Karabin, Karabin Model 38M. Könnten wir Ironsides bekommen. Wir könnten vielleicht Schalldämpfer. Schalldämpfer. Schalldämpfer für die Pistole bekommen. Das wäre cool. Vielleicht kriegen wir auch eine Panzerfaust. Und es wäre auch sehr interessant, diesen Sprengladungspanzer zu kriegen. Des Weiteren zu meinem gestrigen Video möchte ich gerne nochmal sagen, tut mir leid, das ist mal wieder mittendrin abgebrochen, weil das Video zu Ende war. Und ich hoffe einfach mal, ihr konntet nachvollziehen, dass ich so viel zensieren muss, wenn Leute unangebrachte Zeichen und so in ihren Videos haben. Und ich bedanke mich einfach fürs Zusehen und auch fürs Verstehen, wenn ihr es versteht, warum ich so viel zensieren muss. Das ist einfach aus den Gründen, dass ich keinen Ärger bekommen möchte mit irgendwelchen Leuten. Und ich hoffe, dass ihr viel Spaß beim Ansehen hattet von diesem COD-Video und auch von diesem Commentary. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Lasst doch eine Bewertung da. Daumen nach oben, einen Kommentar oder ein Abo. Wir sehen uns dann wieder. Euer Remskill. Ciao, ciao.